bei dem Baden Baden und das war schon wieder und hier sehen wir die Schlagsweite des Tages lustig ist verletzt ja doch lustig ist verletzt also lustig er hat sich lustig verletzt ganz klar da hüft Muskel das ist lustig schwinds lustiger Fels die Speise sind los was ist denn der Weg aus hier und jetzt spielen wir gegen die Schlagkei die führt auch mit 6 Punkten in der Tabelle und wir dahinter mit 4 Punkten haben wir hier verdient ja ich schätze mal auch ne ich schätze das schätze ich nicht du weißt das du weißt das mein Freund die sind gut na klar ja wieder der nächste die trainieren schon seit 1923 Dortmund trainiert seit 1909 die haben sich mal gespielt das macht die nicht joooo weiß die haben die noch alter Liga Frank Buschmann und Manny Brückmann wollen mal wieder reden mit uns und da ist die deutsche Nationalmannschaft das steht was Großes über denen sie haben einen sieg und ein unentschieden sie hoffen jetzt nicht wie der Dolpe da steht die hoffen jetzt nicht dass sie die jetzt sogar noch nie eine Ligaalage kassieren also eigentlich nur ein Sieg jetzt wir sind nur auf Sieg aus nein bei denen müssen wir aber ich glaube bei denen müssen wir auch auswechseln haben wir immer noch nicht das sieht so ja und da sind wir auch schon wieder wir mussten gerade genießen diese wunderschöne Hymne wieder mal jetzt kommt wieder mal die Tuchkei wieder ab geht die alle sind dann sie sich dahin ab scheiße scheiße was mache hier das ist echt nice spitzereiter spitzereiter ey ey herrlich naja will mal Knuddel nieder voll die so geil weißt du die kommen da so an und dann die Person kommt hi hier 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 die machen immer so eigentlich schon ja das sind so eine magische Handschuhe weißt du die können so richtig richtig jeden Finger können die da in diesen Handschuh spielen weißt du dieses und die Türkei hat jemand besonderes hier und er kann erwirkt er er du nur aber ein Stern da sind nur vier Sterne meine Freundin da fehlt der 50 Stern würde ich mal sagen na jetzt haben wir noch vier Sterne haben die das hier schon aktualisiert? das ist mir gar nicht aufgefallen wir haben jetzt keine Ruhe mehr das ist mir nicht aufgefahren dass die es hier aktualisiert haben und wir gehen früh drauf ja ein schneller Start ein schneller Start wie kommt das ein Spiel? die Dukei muss rarte Gänse kriegen Oh Milz geht gut rein genug Anfassung doch noch mal oh Scheiße da wäre fast das Spitzenreiter Tor gefallen das war groß Alter aus warm aus ganz klar du lachst du wahrscheinlich sehr weh weißt du wieder ja passiert ja passiert ja passiert doch nicht und noch mal Alter wie sie verarschen hab zu neu erklärt äh zum borden gut ich weiß euch läuft das mal ein bisschen und passt was was das hätte ich auch gekonnt ja ich weiß stark Müller übergezogen Müller ist noch dran Müller ist noch dran aber weiß es nicht ja sauberes Abpassspiel so muss es laufen Abpasspassspiel das und das ist das erste Tor von Mako Reus ne der zweite Tor von Mako Reus im YouTube Tokal aber wie stark genug an heute ist und heute ist genug an? starker noch als letztes Mal also die Tokal ist jetzt wieviel harte Gegner oh mein Gott jetzt geh doch mal aus aller Tischte Junge oh 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 Scheiße also warum ist jetzt die Türkei Spitzenreiter wo denn bitte ist ja sie sind nicht schlecht nur wollen sie ein bisschen wahr werden ich glaube auch also dass es ja krass wie wir drücken können aber das Spiel doch besser die Ecke holen wir noch raus. Oh, Alter! Stark gehalten. Wo fängt es denn? Nein, ich hab noch gekriegt. Ich hab mal reingeflammt. Ich komm nicht mehr ran. Aber jetzt. Jetzt komm auch nicht ran. Alter. Oh, schade. Ich kippe mal das Upset auf. So, können alle vorlaufen, können alle vorlaufen. Kein Absetzen. Hab ich. Hörst du ganz unerfällig ein Fuß mitnehmen müssen. Den Fuß in gewöhnlich immer mitnehmen, damit der so dranbleiben. Aua. Einfach mal so ganz unerfällig gegen den Kopf. Einfach mal tsch. Und in die Videobeschreibung wieder mal reinschauen, was da aktuelles drin ist. Alter! Alter! Sie werden warm. Sie werden langsam warm. In 25 Minuten. In 26 Minuten. In 26 Minuten. in 25 Minuten. In 25 Minuten. In 25 Minuten. Auch wenn ich nicht ausgemacht habe. Oh, nein. zu kommen so wie denn die fliegen wir sind und dort wird dort 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 und dort und dort 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 nach sich jetzt so ein das war mit der anderen Naja du musst auf den Schiedsrichter gucken weil ich da oben habe, oder nicht? Ah, habe ich schon wieder gehört, alles klar. Alles klar, Herr Karrosse. Nee. Nee. Wo sind Sie da? Was wissen Sie? Achtung! Oh ja, oh ja. Nee. Ja, voll sicher. Kriegst du Ecke? Nein. Oh! Hey! Der erste Kontakt in der 43-Minute von... ...die Türkei. Die Türkei. Sorry, mein Gott. Bist du... ...deutsches Kind schon wieder hier. Alter. Machst du's immer. Ja, ich bin nicht so schnell im Reagieren und sprechen und dabei noch zocken. Sorry. Ja, nicht. Na ja. Hätte was geklappt. Ja, fast. ... wieder jetzt wird die Sorte auch zu werden der Tod blockieren kann man nicht um und so was jetzt derweil wenn ich mal anders weil wir in die Richtung geflogen ich dachte jetzt gibt es nicht mehr oder so weil die so laut produzieren so die ganze Sache hier ja das macht die erste halbzeit von diesem wunderschönen Spiel wir sehen wir auch noch mal die wunderschönen Ausgangspunkte im YouTube Pokal die zweite Halbzeit wieder mal ein kleiner Cut wieder mal eine kleine Werbung von der PS4 und dann geht es auch schon wieder weiter er hat gerade was haben er hat gerade was herausgefunden wer spielt gegen wen war es eins zu eins ich habe sie gerade mitgekriegt äh ja ach das war er das freut mich ach schon jetzt wechseln wir mal aus schluck mal runter mit Gelb hier haben sie wir holen wir mal rein oder er ist egal ich krieg's kotzen wieder aus ich weiß nicht mal Belarabi Belarabi kommt auch für jemanden wir hauen mal groß auf die andere Seite dann wollen wir könnten ja Belarabi da einschweigen zumal Götze aus auftaus mit Grusel wir kommen in die Frage Grusel da ist groß genug an und Götze viel besser als Schweinschläger das wird nichts der ist so langsam was der ist perfekt Juuu der ist perfekt der kennt sich jemand aus von ihm du kannst genau mit dem Spiel du kannst genau mit dem Spiel du kannst genau mit dem Spiel weißt du was ist der mit Reus los der rennt ja wie der alte Oma he 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 und mein Reus rennen die da unten es geht so schnell auf jeden macht so richtig ich bin drauf und da oben rennt er weg wie geil das aussieht wie das aussieht denn das war denn aus der Abwehr raus und dann war es das alles stark gemacht ey war stark gemacht aber vor dem hat es mal geschafft was ist läuft bis jetzt gut was 2 leider ist doch logisch dass das wie einmal ein Pfosten ist oh so klar ist das fast schon das ja weiß nicht gestockt ein bisschen gestockt im Lauf das war nicht dabei ist großer Suchs ach der ne war mal wirklich noch ähm die die geil die die alle heißen bote in der Zeit über mit sorry bei ihr war die 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 sein so wie deutlich noch 3 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 4 4 4 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10